Hatte mir extrem geile Qualitäten. Ich hätte dir letztes Mal einen Geil gesehen. Ein Real-Life-Dragonball-Film, also von der ersten Dragonball-Serie. So eine japanische aus den 70er oder 80er Jahren oder so. Wie so ein uralter Jackie Chan Film. Mit ganz schlechten Animationen und so. Na ja schlechter als der, wo wir damals im Kion geguckt haben. Der kann nix sein. Warst du überhaupt dabei? Nö. Den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Sei froh. Das schockiert mich immer noch, was ich da sehen musste. Ich glaube ich war mit Philipp und Manu im Kino. Oh Manu, ich glaube Manu war dabei. Wenn du nicht dabei warst, machst du Manu. Ist auch schon ewig wieder her. Damals war ich noch jung. Und Knacken. Und sowieso. Und jetzt? Na ja knacken tut es bei dir immer noch aber. Ja aber anders. Jetzt knackt es wenn es bricht. Das ist doch schön. Jetzt kommt erst mit Dragon Ball Musik. Ja. Das ist aber nicht clever. Wollte ich auch gerade sagen. Doch, weil es immer nur, ich höre nur so Parodien oder Fan-Cover oder sowas. Also sind sie GEMA frei. Wobei ich gestern auch einen Strike bekommen habe. Also kein Strike, aber dass jemand geclaimt hat, dass ich GEMA Musik höre. Aha. Das schöne an der Sache ist, das ist halt Runde geladen von No Copyright Music. Ja und dann kann der auch hier noch Vollposten was hochladen. Das stimmt, ich bin ja fast gerade mit Marvin. Ich muss mich voll aufpassen. Kein All-In. Kein All-In, Alex. Kein All-In. Ja, sorry Support. Nervig, ich weiß. Und jetzt geht's die Fläche dort hin. Alter. Die können durch Minions schießen? Die können durch Minions schießen. Die können durch Minions blocken. Die können durch Minions blocken. Scheinbar nicht. Ah ja, der kommt zum Red Buff, der Jungler, sorry. Voll vergessen. Dahinter ist der Simple Rapper runter. Alter, das ist die sehr auf mich. Mhm. Achso, der hat kein Warnahme mehr. Jetzt ist unser Side-Spool-Sherry. Ja. Erzähl. Das war's für heute. Du hättest nicht mehr willkommen, nehm ich an. Ich hätte flashen können, aber das wollte ich nicht. Ja, aber ich. Willst du da rein? Ja. Also, Strategie einfach nur warten bis Dings Mana weg hat. Genug Heildrecke mitnehmen und dann rein. Ich bin zurück. Ich bin zurück. Das Gute ist, ich spiel kleptomancy. Das heißt, ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Sachen geschenkt. Jetzt könntest du nochmal kommen. Ja, ich glaub das ist immer der geworden. Na gut dann. Ne, der hat nicht geworden. Der ist nur zurückgegangen, weil ich ein bisschen freeze. Guck, der steht immer noch da. Ich kann nur nix machen. Okay, mach keinen Scheiß. Nein! Das war knapp. Jetzt war der Changler, ne? Ja. Ja, wahrer. Scheiße. Das ist bei uns. Ja, okay. Scheiße. Ja, musst du machen. Oh, du hast Red Buff. Was ist los? Hä? Schön. Ja, nice. Hat leider nur zu lange gelockt, wenn du siehst. Ja, passt. Das finde ich schön. Ich könnte mir jetzt Träne und Glanz gleichzeitig leisten. Vielleicht wenn er nochmal top kommt, hat er immer noch keinen Flash quasi. Also falls du nur mit dem Kill gehst. Nee, ich muss ein bisschen leveln nochmal. Du. Mein spätestens ist mit 6, muss ich holen. Das ist nicht nur so lustig, aber die hat schon wieder fast keine Mana mehr. Ja, also. Der hat schon wieder halb Leben nur noch. Ich glaube, die Faktik gefällt mir auch. Das ist kein Mana mehr. Und dann. Ach, was für ein Spiel jetzt. Fist willst du eigentlich... Äh, Fist. 6 willst du eigentlich Blue, oder? Äh, kannst du nehmen. Ah, shit. Haha. Bisschen Geld vorher auch noch, Kevin. Ja, ja. Hat der mal den Chang'er von denen gesehen? Nein, ich habe ihn oben gekillt. Ich würde sagen, der ist gestorben. Haha. Sehr schön. Wer ist da nie reingesprungen? Dann ist da nicht da. Ich bin jetzt noch hinterher gesprungen. Ist jetzt doof. Alter, der lebt jetzt auch schon wieder ne Weile. Oh, also die Dings ist auch bald out of Mana. Das shit, das shit, das shit. Der Chill hat schon kein Mana mehr. Na, pass auf. Ich weiß nicht, wo der Chang'er ist. Puh. Meine Top-Lean fehlt. Du hast schon gut Schaden, gell? Ja. Und das noch nicht mal mit dem Auto-Attack-Proc. Heh. Hast du noch nachdruck, du wirst das ganz schon. Lass die pushen, lass die pushen. Medi. Na, da ist das für das Ding. Kann ich ihn kommen? Keine Asylen im Top-Lean nicht. Ja, das ist so. Ah, scheiße. Jetzt kriegen sie. Ach, schade, vergiss ich. Ah, schade, vergiss ich sie. Okay. Nein! Achtung weg weg weg, da kommt der Chango. Sorry. Alles gut, alles gut, alles gut. Hast du Kill? Ja, du hast den Kill bekommen. Nice. Chango ist bei uns unten gerade. Portet sich jetzt in die Base. Okay. Flash, Kevin! Ich habe keinen Flash mehr. Lass, lass, lass. Lass, lass, hinter dir kommt... ...der Supporter, der eigentlich kein Supporter ist. Ja, gut. Tim kommt nicht, Kevin. Oh, aber hier kommt Dings. Ja, jetzt musst du weg, jetzt musst du drüber. Hast du irgendwie... Na ja, ich habe nochmal einen gewickern. Und hätte ich aufgepasst, hätte ich den Kayn auch noch killen können. Oh, der ist hier. Oh, okay, der ist da. Oh, okay, der ist da. Hm. Ah, der ist mir so ein Dicken für den. Mal schauen mal, wenn das Ding kommt vielleicht. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. Okay. Okay. Wow, Achtung Dings, geht rein. Ja, 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 ja. Den passt. Okay. Also ich gehe jetzt mal. Ja, ja, ja. Achtung Kayn, ein Jungler ist unten. Echt? Wo? Ja. Ja. Ah, ja. Tatsache. Wahrscheinlich wollen sie jetzt Richtung Drake gehen. Ja. Ja. Ah, ich glaube das zum Drake. Das war jetzt nicht so geil. Ja, ja. Lauf, 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 die Spügel. Ja, du hast ja flasht, dann flashe ich gleich weg. Hm, Kaynisch. Oh, Speed, zu viel Schaden. Hört ihr dir vielleicht was sagen? Dann hätte ich mich runtergepuntet. Der Bunt, jetzt haben sie das verdient, ey. War jetzt nicht ganz so optimal. Wir machen jetzt vielleicht Drake. Das ist der Typ, schätze ich jetzt mal. Schauen wir mal. Ah, jetzt haben sie da Mane. Er hat Red gemacht. Au, Drake ist da. Da ist er, ja. Da ist er, ja. Oh, schade. Boah, ich bin nicht getroffen. Boah, ich bin nicht getroffen. Oder so. Oder so. Darf ich mal kurz durch? Ja, dass er es mir so leicht macht, habe ich auch nicht gedacht. Ich will den Dicken, hau den Mane runter ein bisschen. Danke. Und ist jetzt gerade SS? Was? Keine Ahnung, wo die Botlane gerade ist. Mein Drake ist sie auf jeden Fall nicht. Ja, wahrscheinlich sind sie Back. Glaubst du? Ja. Den ja auch wieder kaum Mane. Aber wahrscheinlich genug Gold geformt. Ja, weißt du, das ist komplett. Oh, wie ist die Heft. Oh, der war zog morgen. Bitte? Ja, ich hab den Dings noch mitgenommen. Alles gut. Ja, aber ich meine, da konnte ich kein SS oder so sein. Ja, ja. Alles okay. Jetzt sind sie wieder da vorgleich. Ich glaube der Yi hat auch top gar nichts zum Lachen und ehrlich zu sein. Ist doch gut so. Wir finden eins der 04, ich stehe bei 100, fahren der bei 50. Also da geht gar nichts mehr für den. Ja, unterschätzt den Typ nicht, wenn der ein paar Kills bekommt. Ich kann ihn jederzeit killen. Dann regelt er schon. Ich gehe jetzt die ganze Zeit auf ihn drauf. Krieg ich ihn picken? Oh, Klauer. Ja, so, nicht wenn du drauf schießt. Ja, der fehlt, der traut sich schon da nicht mehr. Ja. Problem. Drake? Ja, A gezeichnet. Definitiv. Raid ist da. Wenn ihr ein Dings habt, ein Board kann ich jederzeit runter teleportieren. Ich meine, das ist halt auch nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist hier. Oh ja. Hier ist der Checker. Ein Teleport hin, dann kann ich auch. Ja, das ist auch klar. Einen. Cabin? Ach, leg mich da auf. Ziemlich lustig. Achtung! Teleport! 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 Ja. Sorry, halt ohne Wort kann ich da nicht kommen. Nice, Kevin. Ja, aber wahrscheinlich der einzige da. Ich war gerade damit beschäftigt, nicht vom Juternessel zu werden. Ich hab seitlich gewordert. Ich hab seitlich gewordert. Ich wollt's nur sagen, ich wär runtergekommen aber. Ich hab seitlich gewordert. Also hier keine falschen Ausreden. Was? Wo standen die überhaupt? Um den Drake rum. Ah. Naja gut. Habt ihr auch so hingekriegt. Naja. Ist noch da der Drake. Hast'n Wort? Puh. Achtung, Mittler. Ui. Oh. Ne, okay. Fack. Vielleicht der geht rein. Oh, Bot Lame. No. Naja. Ne, okay. Fack. Naja. Schade. Bot Felder wahrscheinlich ist er aber. Ja. Ja, Bot Lame ist weg. Egal. Ja. 5-0. Es läuft doch. Hehehe. Drake ist immer noch da. Unser Bot Lame kann ja seit jeder Zeit überall auftauchen. Achso. Er ist ja schon in der Mitte. Nice. Eins habe ich nicht vergessen. Hehehe. Hab ihn ja. Hehehe. Oh, lasst mir. Ich brauch Geld. Ah, verdammt. Sorry. Ja, ne. Pass mal. Ich pushte einfach top bei dir. Ja, aber mit. Hans in der Mitte ist grad. Drei Stück. Okay, dann komm ich gleich dazu. Oder? Jetzt hab die Zeile keins gekauft. Ulti war ab bei mir. Ist bei Alma. Okay. 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 Kriegst du die Beschäftigung, oder? Oh, gerade so nahe gebrochen. Dragon? Ja, ja. Auf ein neues. Versuch Nummer 3, 8, 9, irgendwas. Ahhhh. Aus. Offen. Ich war nicht weg. Äh. Ich war nicht weg. Ahhhhh. Na? Sehr lacker Team Gold So Kevin, jetzt krieg ich aber ein paar Wo soll ich denn diesen Herald setzen? Was ist das? Am besten bei nem Tower Ja ja Mach den Tick n bisschen runter Kevin, bitte Ja, dann lauf ich gleich mal auf Bot Ja, sehr perfekt, danke, ich hab das Wort auch Ja, wobei, Bot ist auch gleich weg Wenn Kevin jetzt drauf geht Ah, wird top, wir können vielleicht eine sonst schreiben Lauf mal auf Top, äh auf Bot jetzt Dann kann der Cang kaputt Kann der Cang kaputt Kannst du vielleicht den Tower halten da oben Hector, da hast du ne gewisse Zeit Jaja, ich will den auch unten jetzt setzen, aber irgendwie Ok, dann muss Kevin noch ein bisschen pushen Ich stelle mal ein Wort halbwegs hin vor Stell mal ein Wort halbwegs hin vor Ok, go, go Er hätte teleporten Ja, das ist ein Wort Ich wollte mich teleporten nicht mehr schnell hin Jetzt wird das Ding unten, das Kevin kommt nächstes Tower Mit die ADO Ah, jetzt können wir gehen Hinter dir kommt auch die Link, Zoe Red Buff Kevin? Der ist nicht da Er ist nicht da Nein Ich bin ein bisschen überfeedert, um ehrlich zu sein Ah, schade Ja, mein Ultifact Wäre nice gewesen, wenn das geklappt Bist du Kevin? Weiß ich nicht, da ist der Yi Weil alle Ja, da ist Ich habe gedacht, das war ja Hansi Ja, holt den Tower, komm Ja, holt den Tower, komm Nehmen, das habt ihr genug GG easy! BOOM! Best Ezreal in the world naja